So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2, nächste Mission. Antonius' Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren, das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Ich glaube, das ging da lang. Ja genau, hier ging es lang. Da musste die nämlich hier nicht unbedingt ablenken. So, der nächste. Okay. Wollen wir die mal an und weglocken. Na komm, lauft. So, und jetzt die letzte Kiste. Mach mal. Mach mal. So, gut. Jetzt noch zum Boot und hier ein bisschen säubern. Geht ihn da rechts zuerst. Na komm, dreh dich. Aber ich sieht, dass es leicht aus. Und wenn es den unverstehenen Stadtreich ist, sein gut. Dein Freundlich ist der Arbeit. Und das ist der Arbeit. Und das ist der Arbeit. So ja nicht. Wir wollen das ja hier ein bisschen stealthy machen, Leute. Ihr kennt mich, ja? Na komm. Nee, nee, ich verziehe mich einfach mal. Ihr könnt ja gar nicht sehen, wie schnell ich bin mit dem Boot hier. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Bitte. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Nun dann. Wieder zum Erinnerungsanfang. Ich glaube sogar, dass das jetzt die... Mega lag. Moment. So, ich bin wieder da. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Ich frage mich das einfach jetzt gerade nicht. Was zur Hölle? Einen Moment bitte. So, jetzt soll es besser sein. Ich weiß nicht, was meine FPS-Zahlen hier gerade haben. Ich verstehe es gerade nicht. Warte mal, lassen wir den mal kurz. So, ich habe jetzt mal in... In Frap selbst was geändert. Was ist denn das hier gerade? Ich glaube, mein PC braucht einen Neustart. Das tue ich jetzt auch gleich mal. Aber, äh, tut mir leid, wegen dem kurzen Part jetzt hier gerade. Ich kann es jetzt... Okay, jetzt geht es auf einmal wieder. Mal, ging das nicht hier lang? Ja, hier ging es lang. Ich gucke gerade auch mal auf meine Uhr. Ey, das ist jetzt ärgerlich. Hm. Ich, eh, ich muss mir... Ich entschuldige mich nochmal für die Lags. Ich weiß auch gar nicht, was hier gerade los war. Verstehe ich nicht. Egal, shit happens. Wie man so schön sagt. Ich mache hier einen kleinen Cut und beim nächsten Mal gehen wir wahrscheinlich in die finale Mission dieser Sequenz. Also, bis dann und ciao.